Also ich will was Gecaptes haben und Asymmetrisches und keine direktionale Wette. Daraufhin schlägt mir Richie eine direktionale Wette vor. Eine direktionale Wette vor. Gegebenermaßen gecapte Wette an. Aber jetzt kommt meine Lösung. Ich habe ja vorher angedeutet, ich löse das Bitcoin-Problem. Wenn ich 1,50 Euro Dividende kassiert habe, ich bin crazy erfolgreich. Und auf der anderen Seite ist Reddit an die Börse gegangen. Gerade wenn du solche Aussagen hörst, da kriege ich ja immer am meisten die Krise so, es kommt auf das Team an. Businessplan interessiert mich überhaupt nicht. Meine YOLO-Wette steht aktuell bei Marktgeflüster. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen. Sehr wahrscheinlich vielleicht auch guten Abend. Liebe Marktgeflüster-Community, es ist Folge Nummer 88. Eine Schnapszahl. Und ja, ihr seid hier mit euren beiden Lieblings-Podcastern. Holger und leider nicht Markus, sondern ich. Wie geht's hier, Holger? Mir geht's gut, aber durch deine besondere Betonung dieser Schnapszahl unterliegen wir natürlich jetzt gleich wieder dem Vorwurf, dass dieser Podcast hier rechtes Gedankengut verbreiten würde. Oh, okay, ja. Es ist mir natürlich mal wieder schön entgangen. Na gut, aber die Zahl kann man ja auch nicht überspringen. Aber okay, gut. Es ist tatsächlich kein gerechtes Gedankengut. Die Podcast-Zahl. Was soll man da sonst so sagen? Ich habe heute tatsächlich was gemacht. Und zwar habe ich mal ausgerechnet, wie viel Prozent Gains ich mit Krypto gemacht habe. Weil bei Kryptowährungen ist ja irgendwie, wenn du das Zeug auf den Ledger ziehst, hast du ja so das Problem, dass die den Einstandskurs nicht mitnehmen. Und ich habe ja so ziemlich alle Kryptobörsen durchprobiert, die es so auf der Planeten gibt. Außer Montgox, da war ich zu spät dran. Aber seriöse Kryptobörsen wie FTX war ich natürlich mit dabei. Und deswegen ist es ein heilloses Durcheinander. Deswegen habe ich mich heute Morgen schon ziemlich früh herangesetzt, habe mir von einigen Kryptobörsen CSV-Dateien gezogen, von meinem Ledger eine CSV-Datei erstellt und dann Ewigkeiten in der Blockchain rumgewühlt, von welcher Wallet ich auf welcher Wallet überwiesen habe, um herauszufinden, wann die Kaufzeitpunkte waren. Und habe das alles minutiös eingepflegt, nur um dann enttäuscht festzustellen, dass ich nur 100% Gewinn gemacht habe. Nur 100% Gewinn? Wie kann das sein? Ja, sehr wahrscheinlich, weil wir mit Arno im Allzeithoch nochmal nachgelegt haben. Also im letzten 2021er Allzeithoch. Und ich glaube, das hat meine Performance radikal verhagelt. Also meine prozentuale Performance, sagen wir es mal so. Du hast mit Arno zusammen nachgelegt. Das heißt, Arno ist auch in Krypto investiert. Genau, der ist schon seit 100 Jahren in Krypto investiert. Der hat schon in Krypto investiert. Da wussten wir noch gar nicht, was das ist. Der hat damals sogar, du kennst auch diese ganzen Beispiele von der 100-Millionen-Pizza oder sowas, wo irgendjemand Pizza gekauft hat für zigtausende Bitcoin. Da gibt es einen Twitter-Account dazu, der das live trackt, wie jeden Tag die Pizza wert ist. Geil. Und Arno hat es tatsächlich auch schon gemacht. Der hat schon Sandwiches gekauft mit Bitcoin. Weil die hatten, der hatte bei Transferwise gearbeitet und gegenüber, irgendwie waren alle bei Transferwise Krypto angefixt in, keine Ahnung, 2017 oder weiß nicht, wann das war. Und irgendein Krypto-Unternehmen war da auch gegenüber und die haben irgendwann mal diesen Sandwich-Dude überzeugt, dass er auch Kryptos annehmen soll. Und dann haben die die ganze Zeit ihre Sandwiches mittags mit Krypto bezahlt. Und Arno hat es irgendwann mal ausgerechnet, hat gesagt, so, das sind schon ein paar tausend Euro gegen Wert, also heute gemessen, weißt du. Und der Typ hat halt super viel Krypto entgegengenommen. Also wenn er smart genug war, das zu hodeln oder vielleicht auch zu dumm war es zu verkaufen, das kann ja auch ein großer Vorteil sein. Also zu dumm im Sinne von, er wusste nicht, wie das geht, dem geht es heute gut. Also der hat ja wahrscheinlich größere Krypto-Gains als Sandwich-Games. Ja, von daher ist es schon deutlich länger drin als ich. Ich möchte gerne das festhalten, dieses zu dumm, um zu verkaufen. Da habe ich nämlich später noch eine Ergänzung zu machen. Ich habe nämlich, glaube ich, das Problem von Krypto gelöst. Aber da kommen wir vielleicht später dazu. Echt? Sehr gut, sehr gut. Hast du Satoshi Nakamoto getroffen? Fast, fast. Aber ich werde der neue Satoshi Nakamoto, wenn sich das rumspricht, was mein Vorschlag ist, wie wir das Problem von Krypto-Investing lösen können. Aber lass das mal jetzt ein bisschen so anteasern. Wir lassen den Cliffhanger so stehen, ja. Ich würde gerne ein Announcement noch machen. Nämlich ist dieser Podcast diese Woche ein offizieller Programmteil der Global Money Week. Die Global Money Week ist eine Art Themenwoche. Der Name legt ja nahe, um was es geht. Die, glaube ich, vor langer, langer Zeit von der OECD ins Leben gerufen worden ist. wurde dann von meinem guten Instagram-Freund Jakob Risse. Christian Lindner. Christian Lindner, genau. Ja, ja, Jakob Risse. Ein bisschen, weiß ich gar nicht, wer initial die in Deutschland eingeführt hat oder zumindest ein paar Jahre weitergeführt hat. Und dieses Jahr, dass er sich überlegt, er möchte sich unseriöse Leute ins Organisationskomitee dazuholen. Die berühmt-berüchtigte Lisa O. ist da jetzt Teil. Und noch schlimmer, Schirmherr ist jetzt irgend so ein Christian aus Berlin. Christian L. Christian L. aus Berlin, genau. Der sich diese Woche aufgeregt hat. Ich muss ja diesen Clip noch finden, aber habe ich ja eben schon erzählt von einer Journalistin gefragt, die eine Frage ihm stellen wollte und eingeleitet hat mit, Sie sind ja in der nächsten Legislaturperiode sehr wahrscheinlich nicht mehr im Finanzministerium. Und das hat ihn ziemlich gelinde gesagt, abgefuckt. Vielleicht können wir das noch nachträglich einspielen, diese Stelle. Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie dann wahrscheinlich ja gar nicht mehr Finanzminister sind. Aber wie soll... Wieso gehen Sie davon aus? Ich sage wahrscheinlich. Oder zumindest... Wie wahrscheinlich ist das? Warum ist das wahrscheinlich? Das ist natürlich ein Wunderpunkt da getroffen. Wobei ich sagen muss, ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, aber so wie du sie erzählst, ist schon ein bisschen gemein, so eine Frage. Weil das wird ja oft gemacht. Du stellst einem Politiker eine Frage, haust ihm aber vorher noch unter, da hat er noch so einen schnellen Vorwurf rein und dann muss er eigentlich so stoppen, unterbrechen und darauf irgendwie eingehen. Ja. Das ist wie diese verdammten Brainteaser im Interviewgespräch in der Bank, so Wurzel aus 593. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie man eine Wurzel rechnet, aber es geht einfach nur darum, dass dein Puls auf über 8000 geht, um sicherzustellen, dass du wirklich in einer absoluten Stresssituation bist. Genau so ist es. Ich hatte da mal jemanden, das war nicht in der Bank, der hat, Interviewkandidat kommt rein und sagt, so, also bevor wir loslegen, ganz kurz, wenn Sie bitte während dem Interview die Zahlen von 1 bis 1000 im Kopf addieren und mir dann am Ende des Interviews das Ergebnis sagen. Erste Frage zu Ihrem Lebenslauf. Okay. Gut, ich hätte einfach geblufft. Ich hätte darauf spekuliert, dass es am Ende vergisst. Ja, beziehungsweise es gibt ja einen Trick dazu, die Zahlen von 1 bis 1000. Du nimmst einfach die letzten beiden oder irgend sowas. Wie viele, kennst du den Trick? Ja, die erste und die letzte, dann die nächste und die vorletzte und dann kommt halt in dem Fall immer 1001 raus. Und dann hast du halt 500 Mal, müssen es sein, oder die 1001 und dann musst du das einmal multiplizieren. Ah, 1001 mal 500. Genau, weil die 1 und 1000 sind 1001, 2 und 999 1001 und dann hast du das halt 500 Mal. Das ist der Gaust-Trick. Der Gaust-Trick. Geil. Ja, irgend sowas hatte ich mal gehört, ja. Aber, na, sehr gut, sehr gut. Damit sind wir fast schon im Bereich Karriere. Da haben wir heute auch nochmal einen Spezial-Tipp für euch. Und der ist aber mal wieder nicht jugendfrei. Aber gut, bleiben wir im Programm. Also, checkt mal aus. gmw.germany.de, Global Money Week, ist unbezahlte Werbung, die wir hier machen. Und gibt einen Link in den Shownotes. Shownotes. So, apropos unbezahlte Werbung. Hier ein Einspalt. Scalable Capital. Werbung. Bevor es weitergeht mit dieser Folge, noch ein kurzer Werbehinweis für den Partner dieser Folge, Scalable Capital. Du kennst ja wahrscheinlich schon das 4%-Zinsangebot von Scalable Capital, das weiterhin bestehen bleibt. Und du kennst wahrscheinlich auch die große Produktpalette an Aktien, ETFs und Fonds, die du über Scalable Capital handeln kannst. Aber darüber hinaus bietet Scalable Capital auch noch Zugang zu Anleihenderivaten, Kryptowährungen, Forex, Rohstoffen und Edelmetallen. Und das alles ist durch die Trading Flatrate im Prime Plus Broker abgedeckt, sodass du all diese Produkte beliebig oft handeln kannst. Und das Praktische bei Scalable Capital ist, dass du das von überall einfach per App erledigen kannst. Also, wenn du die App noch nicht hast, dann lade sie dir gerne runter. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Die Wochenhighlights. Das ist nicht unbezahlte Werbung. Allerdings, Werbung und Finfluencer, da hast du mir die Schweißperlen quasi auf die Stirn getrieben diese Woche mit einem Handelsblattartikel. Finfluencer droht Werbeverbot. Und ich habe noch einen anderen Artikel gefunden. Vor allem Produkte vom grauen Kapitalmarkt warnen Verbraucherschützer, dass hier Influencer für Werbung machen. Was steht dahinter? Ist unser Businessmodell bald vorbei? Ich glaube, unser Businessmodell ist bald vorbei, weil wir wissen ja alles außer der MSCI World ist grauer Kapitalmarkt. Und wir machen ja hauptsächlich Werbung für tausender Hebel auf Orangensaft. Dahinter stecken mehrere Dinge. Auf der einen Seite hast du ja diesen Artikel auch mit den Verbraucherschützern rausgesucht, die unseriöse Anlagetipps in den sozialen Medien kritisieren. Und auf der anderen Seite gab es... Nicht nachvollziehbar, aber okay. Überhaupt nicht nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite gab es jetzt von den Grünen den Vorstoß, generell Influencer-Werbung, also nicht nur Finanz-Influencer, sondern generell Influencer-Werbung für bestimmte Produkte, nämlich ungesundes Essen beispielsweise, oder eben Produkte des grauen Kapitalmarkts, stärker zu reglementieren, beziehungsweise eigentlich zu verbieten. Die FDP sagt dazu einfach ganz klassisch, wir möchten gerne in Bürokratiehürden abbauen. Darauf werden wir uns konzentrieren. Also inhaltlich komplett am Thema vorbei. Aber ich finde es auch schwierig. Weil im Endeffekt das Problem bei Influencern ist ja eigentlich, dass diese Grenze zwischen, wo fängt Werbung an und wo ist es noch eine Meinungsäußerung sozusagen. Also ich darf ja schon sagen, ich konsumiere täglich drei Kilo Nutella, weil ich einfach Nutella-süchtig bin. Und wenn dann Leute das nachmachen, weil sie auch Nutella-süchtig sein wollen, wie ich, dann ist das ja dem sozusagen freigestellt. Aber wo wird es dann eine Werbung? Also die ursprüngliche Idee war ja mal gewesen zu sagen, naja, sobald Geld fließt, aber du musst auch mittlerweile unbezahlte Werbung kennzeichnen und sagen, wenn du halt für ein Produkt wirbst oder positiv darauf hinweist und dafür kein Geld oder keine Gegenleistung bekommst, wie zum Beispiel ein extra Nutella-Glas. Von daher ist da, glaube ich, so die Problematik in der Regulierung, was übrigens auch die SPD-Meinung dazu ist, was mich ein bisschen überrascht hat. Was, dass das eine verdünftige Meinung ist oder? Nein, das ist, also die haben ein bisschen zurückgepusht und gesagt, naja, wir müssen erst mal gucken, wie umsetzbar eine solche Regulierung überhaupt wäre, weil es bringt ja nichts, wenn wir irgendwie Gesetze auf die Straße bringen und am Ende kann keiner checken, inwiefern das der, also wie du die Gesetze quasi durchsetzt. Ich glaube, darum geht es ja auch bei sowas gar nicht. Also es war jetzt kein Hate gegen die SPD, sondern ich hasse ja alles und jeden dementsprechend, jetzt nicht speziell gegen die. Lindner hat ja auch schon fett wegbekommen. Nee, ich glaube, das Problem ist, das ist ja so ein Vorstoß von ein paar Menschen aus der Grünen-Fraktion gewesen. Und wenn du sowas real umsetzen willst, dann bringst du doch sowas eher erst mal in die Koalitionsgespräche irgendwie ein und machst da eine gemeinsame Linie, dann treten alle vor die Presse und sagen, hey, wir haben folgende Idee. Und in dem Moment, wenn du mit sowas vorprescht, willst du das ja auf der einen Seite so ein bisschen als eigenes Marketing nutzen. Auf der anderen Seite hast du vielleicht auch den Gedanken, es kommt eh nicht. Und deswegen tue ich halt so, als möchte ich das unbedingt. Ja. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass viele von diesen Finanzinfluenzen ja sowieso nicht greifbar sind durch den deutschen Staat, oder? Ja, true. Also gerade, wenn sie im Ausland sitzen, ne? Ja, oder in rechtsfreien Räumen wie Berlin. Genau, ja. Ja, meine Antwort darauf war ja gleich gewesen, ist mir egal. Ich wurde gerade von einem hochseriösen Broker nach New York eingeladen. Charles Schwab? Genau, ich sage, unseriöser Broker. Mit Sitz in, kann man so genau, glaube ich, gar nicht sagen, aber ich glaube, die Banking, die europäische Banking-License ist europäisches Passporting über Zypern. Der Klassiker. Und da habe ich gesagt, wenn das passieren sollte, dass quasi wir verboten werden, dann setze ich mich einfach dorthin ab oder nach Dubai und dann machen wir genau dasselbe einfach weiter. Völlig egal. Ne, aber interessant. Also das ist ein Fokusrutsch. Wobei man dazu auch sagen muss, das ist ja kein altes Thema. Ich war dazu selbst mal bei der BaFin gewesen auf einem Verbraucherschutz-Tag und da gab es auch so Panel-Diskussionen zu diesem Thema. Und da habe ich ihr unter anderem mal aufgeklärt, was so die Provisionshöhen sind, die du für verschiedene Dinge, also je nachdem welcher Produkt es sind, die du da kassieren kannst. Und das hat, so habe ich das zumindest empfunden, für großes Erstaunen gesorgt. Also ich glaube, denen ist das gar nicht so bewusst, was da tatsächlich alles so passiert. Und wenn wir gerade bei Regulierungsschimpferei sind, hatte ich gestern das Gespräch mit, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall vor kurzem hatte ich ein Gespräch zum Thema Börsenbriefe. Das wäre zum Beispiel auch mal so ein Thema, was man mal regulieren könnte. Diese ganzen Briefen und diese Pseudo-Analysten, also jetzt nicht, dass Analysten, die in der Bank arbeiten, grundsätzlich besser wären, aber es gibt ja alle möglichen Leute, die irgendwie so Börsenbriefe schreiben und Empfehlungen raushauen. Und auch das ist ja schon seit, keine Ahnung, du wirst dich ja wahrscheinlich besser auskennen, aber seit Jahrzehnten, dass die BaFin da immer warnend den Finger hebt und sagt, ja, Achtung, nicht auf solche Anlageempfehlungen folgen und so weiter. Aber tatsächlich reguliert wurde das noch nicht. Das heißt, das reine Publishing hat die BaFin, glaube ich, kein so Interesse dran, das irgendwie zu regulamentieren, beziehungsweise sie wissen vielleicht auch gar nicht, wo man da ansetzen muss. Also, was es aber schon gibt, sag du, du bist fertig, du wolltest gerade unter. Nein, nein, mache ich, mache ich. Ich wollte sagen, was es ja schon gibt, ist diese Registrierung bei der Erstellung von, oh, mir fällt der regulatorische Begriff nicht ein, vielleicht ist er mittlerweile Anlageempfehlung. Ich dachte, der hatte einen anderen, da gab es einen anderen regulatorischen Begriff. Da musst du dich einfach bei der BaFin melden und sagst, hallo, manche Findfluencer machen das auch, hallo, ich generiere hier Anlageempfehlungen, keine Beratung, Beratung ist individuell, sondern Empfehlungen und dann trägst du da deinen Namen irgendwo ein auf so einem Formular und angeblich schauen die dann auch regelmäßig drauf, dass du das auch auf seriöse Art und Weise tust. Da geht es gar nicht darum, ob du gute Empfehlungen machst oder schlechte, sondern dass du solche Sachen wie zum Beispiel, ja, und dass du solche Sachen disclaimst, wie, also der Klassiker ist ja, du suchst dir irgend so einen richtig kacken Smallcap raus, kaufst mega viele Calls drauf und empfiehlst das Ding dann und der Hoffnung, dass du so etwas disclaimst. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, auch ein Grundrechtsproblem irgendwo, weil auf der einen Seite hast du ja freie Meinung, Meinungsäußerung, wenngleich das vielleicht hier nicht so stark ist, wie irgendwie das, was sind das in den USA, the First Amendment oder so, keine Ahnung, eins ist mit dem Waffen, das andere ist mit der freien Rede und Waffen ist wichtiger, Waffen ist wichtiger, ist freie Rede, Long Smith & Wesson, was wollte ich jetzt sagen, jetzt hast du mich aus der Bahn geschossen. Und das eine braucht man, um das andere durchzusetzen, Entschuldigung. Ja, genau, Smith & Wesson hatte auf ihrer Website mal die Werbung 911 if you have time, the Second Amendment if you don't. Okay. Was ich sagen wollte, Freiheit von Journalismus zum Beispiel, also ein Journalist hat doch eigentlich das Recht, über einzelne Aktien zum Beispiel zu schreiben und das darfst du mir eigentlich nicht nehmen, aber da gibt es ja auch andere Fälle, wenn ein Journalist zum Beispiel Geheimnisse von der Regierung oder was zugespielt bekommt und die veröffentlicht, dann ist auch immer die Frage, muss er da jetzt die Quellen offenlegen und den Knast, da wird glaube ich eine Journalist in den USA jetzt verurteilt, dass sie eigentlich die Quellen offenlegen muss, wenngleich in Deutschland gab es ja auch mal diese Bestrebung, irgendwelche Journalisten von Netzpolitik oder so glaube ich, staatsrechtlich zu verfolgen, wo dann der Justizminister eingeschritten ist und der Generalbundesanwalt deswegen sogar entlassen hat, weil er das nicht wollte. Also es ist glaube ich, ich habe keine Ahnung, wie man da die Abwägung trifft. Das Snowden-Problem. Im Endeffekt sind wir Influencer alle wie kleine Edward Snowdens, ja. Genau. Wir wollen einfach nur das Beste. Und wenn es hier scheiße läuft, gehen wir nach Russland. Genau. Ja, sehr scheiße, sehr willkommen. Okay, gut. Was ist dein Problem mit Apple diese Woche? Stört es dich mal wieder, dass man versucht, Apple, den Abuse der Marktmacht von Apple zu einzuschränken? Ist das mal wieder was, was dich stört? Also ich wollte eigentlich nur anmerken, nachdem wir letztes Mal über Apple gesprochen haben, dass jetzt nicht nur die Uhr auf Apple einschlägt, sondern eben auch das US-Justizministerium Apple verklagen möchte. Letztlich mit ähnlichen Argumenten. Man würde es Konkurrenzsoftware etc. zu schwer machen. Witzigerweise auch der Wechsel vom Apple-Smartphone auf andere Smartphones sei problematisch. Auf Huawei? Ja, weil Apple halt so gut ist. Und dann ist der Wechsel nach Android halt scheiße. Das sagt übrigens jemand, der jahrelang Apple gehasst hat und der erst sein zweites Apple-Telefon jetzt hat. Ja, und die 5000 Euro Kopfhörer. Ein Spaß. Stimmt, die Kopfhörer habe ich tatsächlich gekauft, aber einfach weil die blau sind. Ja, ja. Damit kann man immer alles entschuldigen. Ich möchte aber das Handelsblatt noch schimpfen. Die schreiben nämlich, Justizminister Merrick Garland sagte bla 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 bla. Und wir gehen meiner Meinung nach damit einen großen Übersetzungsfehler. Denn während es in Deutschland ja einen Justizminister gibt und einen Generalbundesanwalt, gibt es in den USA eigentlich formal keinen Justizminister, sondern nur einen Generalbundesanwalt. Der offizielle Titel heißt nämlich Attorney General, was man mit Generalbundesanwalt übersetzen sollte und nicht mit Secretary of Justice. Generalbundesanwalt. Okay, geil. Klingt gut. Okay, gut. Also für Apple alles scheiße gelaufen. Für Apple ist alles scheiße. Okay, sehr gut, sehr gut. Clown der Woche. Du hast mir einen sehr, sehr überzeugenden Kandidaten geschickt diese Woche. Also wirklich, ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Fand's bein. Ich fand die Idee erst nicht schlecht, weil ich mir dachte, okay, bis mir dann bewusst wurde, dass der Staat ja nur was geben soll, aber nichts bekommt. Ich habe aber noch zwei weitere Clowns der Woche Potenzial mit ergänzt, aber bleiben wir jetzt erst mal bei deiner Suggestion des Clowns der Woche. Erzähl uns doch mal kurz, wer der gute Mann ist und was er fordert. Oder der Name ist eigentlich auch fast schon egal. Es geht eigentlich um die Forderung. Genau, mach mal die Forderung, weil der Mann kommt aus dem Private Equity Bereich und hat vielleicht viel Geld und nicht, dass es dann heimlich hier so einen Hostile Takeover vom Marktgeflüster-Podcast noch gibt, aufgrund der Tatsache, dass wir ihn hier verarscht haben. Ich habe deine Clowns noch gar nicht angemeldet. Ich bin mir nicht sicher, ob er viel Geld hat. Ich zweifle das einfach mal an nach seiner These. Ja, keine Ahnung. Also gut, das ist natürlich möglich. Ich habe deine Clowns noch nicht gesehen, aber ich glaube, wir machen das wie in Russland. Hier gibt es eigentlich keine wirkliche Abstimmung. Das ist der Clown der Woche hier. Okay. Nee, also es war ein Artikel im Handelsblatt, ein Gastbeitrag. Ich weiß nicht, ob der wirklich Gast war im Sinne von eingeladen oder im Sinne von ich zahle Geld dafür, dass ich hier was schreiben darf. Das müssten sie dran schreiben. Er durfte, glaube ich, einfach was schreiben. Ist das so? Okay. Ja, sonst müsste Sponsortartikel dran stehen. Ansonsten wäre das sehr unsauber und das würde ich jetzt im Handelsblatt mal nicht unterstellen. Okay. Ja, stimmt. Die Judith Henke ist ja beim Handelsblatt. Deswegen muss das Handelsblatt gut sein. Was ich sage, also was im Prinzip, ich lese mal diese zwei Absätze vor. Also, ich lese sie nicht vor, ich sage es. Das Problem ist, der Typ macht Private Equity Fonds, insbesondere auch Venture Capital. Ich glaube, er ist ja von Early Bird, oder? Was ja eigentlich Haupt-Einventure ist. Genau, Early Bird. Darf ich mal ganz kurz einschreiten? Bitte. Diese Vermischung von Private Equity und Venture Capital, die du hier in einem Nebensatz einfach mal so salopp gemacht hast, möchte ich nur mal unterstreichen. Ich finde, auch wenn Venture Capital ein Teilbereich des Private Equity ist, würde ich Private Equity, wenn du es jetzt einfach so Standalone nennst, eher als Leveraged Finance bezeichnen. Oder, ja. Aber egal. Ich würde es jetzt nicht komplett gleichsetzen und sagen, was er vorschlägt, schlägt die Private Equity Branche vor. Sein Vorschlag kommt wirklich aus dem Venture Capital Bereich, sprich Startup-Finanzierung. Über den Unterschied können wir ja gleich mal nochmal sprechen. Keine Business Pläne und bla, bla, bla. Da haben wir eh wieder Ärger bekommen in den Kommentaren, weil wir natürlich auch wieder bestimmte Leute aus der Krypto-Szene mit der Krypto-Szene gleichgesetzt haben. Richtig, richtig, ja. Aber du hast natürlich recht. Also es ist ein Venture Capital Bereich und da schlägt dir auch nicht die Branche vor, sondern eben dieser eine Typ. Und also auf was die alle ran wollen, auch die Private Equity Leute, die haben es ein bisschen leichter da, die wollen alle ans Geld von Versicherungen und Pensionsfonds, weil das sind wirklich die großen Investoren. Wenn die anfangen zu allokieren in Deutschland, dann reden wir wirklich um entsprechende hohe Milliardenbeträge. und jetzt ist das Problem, Venture Capital ist halt eigentlich relativ risky. Die würden natürlich sagen, nö, stimmt doch gar nicht, schau doch unsere quartalsweise Net Asset Values an, die sind doch gar nicht so schlimm. Also bei den Startup-Investments, die ich gemacht habe, die sich ja an einer Hand abzählen lassen, wenn ich da meinen Track Record sehe, dann kann ich sagen, ja, fucking risky. Echt, wie siehst du da einen Track Record? Aber vielleicht bin ich auch einfach nur miserabel. Wie siehst du den Track Record? Schicken dir die Evaluations zu? Naja, ich weiß, welche Firmen vom Abschließen stehen. Ah, okay, gut. Ja, gut. Und eine von fünf wären ja schon 20 Prozent, zwei von fünf wäre und so weiter. I get it, I get it. Und jetzt war aber die Idee von ihm zu sagen, hey, das ist halt risky und deswegen investieren die Versicherungen nicht und Pensionsfonds nicht. Also soll doch der Staat einfach hergehen. Ich zitiere, die Lösung wäre, denke ich, einfach. Der Staat könnte seine AAA-Bonität nutzen, um eine Ausfallbürgschaft für ein weitgehend ausfallsicheres Portfolio von Wachstumsfonds zu übernehmen. Also wir schmeißen ganz viele Wachstumsfonds zusammen. Der Staat birgt jetzt dafür, dass hier irgendwie keine Verluste oder kein Totalverlust entsteht. Da geht er nicht so ins Detail, wo er die Verlustgrenze einziehen möchte und dann können die Versicherungen das Ganze kaufen. Das ist super, oder? Das heißt, du nimmst einfach ein hochvolatiles, unsicheres Asset, klatschst da oben per Stempel, so quasi der deutsche Adler als TÜV-Siegel sozusagen, klatschst du drauf als Sicherheit und auf einmal wird es aus einem High-Yield-Portfolio, wenn man es mal so nennt, auch wenn es keine Yields sind, weil keine Zinszahlung, aber sagen wir es mal so, aus einem High-Yield-Portfolio ein AAA-Portfolio. Danke, Lindner, in diesem Fall. Genau, und dafür darf Lindner dann, wenn er kein Finanzminister mehr ist, was in der nächsten Wahl so ist, ganz viele Vorträge halten und kommt in den Aufsichtsrat von ein paar VC-Force rein. Gut, meine Frage jetzt an dich, Holger, was ist dieser sinnlose Neid deinerseits? Wo ist denn das Problem? Koscht die Bundesregierung ja nichts? Die müssen ja einfach nur sagen, yo, wir bürgen und warum sollte die Bundesregierung das nicht machen? Einfach mal für ihre Bürger da sein, für ihre Startups. Startups sind doch gut, habe ich gehört. Startups sind gut. Natürlich von dir als Franzose kommt der Satz, das kostet nichts, das zahlt der Staat, was ja dein ehemaliger Präsident François Hollande gesagt hat. Aber jetzt kommt meine Lösung. Ich habe ja vorher angedeutet, ich löse das Bitcoin-Problem. Ja. Wir machen einen Private Equity Fonds, der kauft einzig oder allein Bitcoin. Wenn Bitcoin 80% down ist im nächsten Kryptowinter, sagt der Private Equity Fonds einfach, also unser Net-Alt-Alt-Value ist 2% ab, ich weiß nicht, was ihr alle habt. Dementsprechend nehmen wir die Volatilität schon aus Bitcoin raus, zwingen die Leute zu buy and huddle, sie können nicht mehr verkaufen, sehen ihre Verluste allerdings nicht und zu guter Letzt kommt der Staat noch und gibt einfach eine Bürgschaft für diese Private Equity Fonds, die in Bitcoin investieren, ab und dementsprechend kann auch kein Totalverlust entstehen. Problem solved. Finde ich gut. Problem solved, ja. Aber kommen wir nochmal hier zum Early Bird Partner zurück. Also warum ist es problematisch? Ich habe es ja eben jetzt mal ironisch formuliert, dass es eine gute Idee ist. Der erste Gedanke kommt ja, glaube ich, sogar aus dem Aktienrentenbereich. Es gab ja mal ziemlich viele Stimmen, die ich auch gar nicht so dumm fand, in der Niedrig- beziehungsweise Negativzinsphase. Also als wir deutsche Staatsanleihen zu 100 rausgegeben haben und keine Zinsen drauf zahlen mussten und teilweise sogar, also die unter Nennwert herausgegeben haben. Über Nennwert. Beziehungsweise auch Über Nennwert. Also wir haben quasi 100 Euro uns verschuldet, aber 103 Euro dafür gekriegt oder sowas in der Richtung. Sprich, wir haben durchs Verschulden haben wir Geld gemacht. Und da gab es ja einige Stimmen, die gesagt haben, naja, wir sollten einfach unsere Verschuldung hochschreiben und davon produktive Assets kaufen, sprich Aktien, also breit am Aktienmarkt investieren. Das, was ja die Schweizer Nationalbank macht. Und die printen es direkt. Die printen es direkt, genau. Die geben das jetzt nicht erstmal als Schulden raus, aber genau, wir hätten das ja theoretisch indirekt über die EZB auch irgendwie machen können. Müsste man sich da noch ein bisschen konzertieren und so weiter. Von daher, die Idee finde ich per se eigentlich gar nicht so schlecht, zu sagen, na gut, wir profitieren von unserer guten Bonität. Jetzt müssen wir bei in der finanztheoretischen Welt, du kannst ja, würdest ja theoretisch dafür sorgen, also mit einem, angenommen, wir machen ganz kleines Aktieninvestment, dann wird das keinen Einfluss auf die Bonität von Deutschland haben. Aber angenommen, keine Ahnung, wir haben achtmal unser BIP verschuldet und in Aktien investiert, dann würde sich das ja wahrscheinlich ziemlich stark auf unser Rating, also unser Lenderrating auswirken, denn wir wären ja super Kapitalmarkt exposed und die Volatilität würde sich geleveraged quasi auf den Bundeshaushalt auswirken. Und ich glaube, die Logik muss man erstmal dahinter verstehen, zu sagen, naja, der Staat kann nicht einfach beliebig Bürgschaften aussprechen, ohne dass sich das negativ auf sein Rating auswirkt. Im kleinen Rahmen, sagen wir mal so ein kleiner, keine Ahnung, 500-Millionen-Fonds oder meinetwegen sogar 5-Milliarden-Fonds, würde Deutschland, glaube ich, nicht jucken, würde die Bilanz, also wenn er da eine Garantie für aussprechen würde. Aber dann hebeln wir ja trotzdem wieder das Prinzip Kapitalmarkt aus, das ja lautet, ich möchte eine Rendite für das Risiko haben, was ich bereit bin zu tragen. Ich mache ja Venture Capital Investments, weil ich eine Rendite dafür möchte und bin bereit, dafür ein Risiko einzugehen. Wenn das aber entkoppelt wird und ich einfach nur die Upside bekomme, aber die Downside wunderbar gecappt ist, danke Vater Staat, dann macht das ganze Prinzip ja gar keinen Sinn. Und deswegen finde ich diesen Vorschlag halt so einfach krass absurd, oder? Ja, man könnte ja argumentieren, du hast ja sowieso schon bei Aktien, aber auch bei VC-Force einen Cap nach unten, nämlich durch den Putt der Notenbank, weil im Zweifelsfall, wenn irgendwas am Markt passiert, durch einen Crash, dann kommt eh die Notenbank und Printed Money und schiebt den Markt wieder hoch, was jetzt seit 15 Jahren für den Gesamtmarkt, ja. Für den Gesamtmarkt, aber der ist auch ziemlich niedrig, also du kannst ja trotzdem fette Verluste einfahren, bis da mal was passiert. Boah, 20 Prozent oder so, also eigentlich war immer so ab 20 Prozent, dann kam langsam so die Notenbank raus und ja, 20 Prozent am Aktienmarkt, also am Public Market, ich glaube im Private Market gibt es da keine Downside Protection, oder? Wenn es jetzt einen einzelnen Fonds erwischt, hast du es natürlich recht. Wenn es einen einzelnen Fonds erwischt, dann würde es die Notenbank nicht agieren. Wenn jetzt alle Venture Capital Fonds umfallen, dann haben wir eigentlich fast wahrscheinlich schon was Systemisches. Meinst du? Ich glaube, das juckt niemanden. Dadurch, dass du ja im Venture Capital eigentlich keine, oder? Lass mich mal überlegen, aber du hast ja eigentlich keinen Domino-Effekt im Venture Capital. Die einfach DLPs sind, kriegen ihre Kohle nicht mehr zurück. Fertig? Nicht fertig, das ist ja so, erinnere dich an die Silicon Valley Bank. Da wären ja einige Leute aus dem Startup- und VC-Bereich und dann gab es ja diesen netten Satz, die wird natürlich gerettet, weil es ist schließlich die Silicon Valley Bank und nicht die Kentucky Valley Bank. Wurde sie gerettet? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich muss mal unsere Podcast-Nummer nachhören. Der Staat hat letztlich die Garantien übernommen, dass die Leute ihr Cash bekommen, obwohl es nicht versichert war. Also gerettet wurde sie nicht, aber der Staat hat... Aber es wurde mit dieser Garantie gearbeitet, was auch hier vorgeschlagen wird für Venture Capital. Genau. Ein letzter Satz... Dieser Mechanismus aber auch nicht all, also den gibt es ja an verschiedensten Stellen. Also es ging ja los mit systemrelevanten Banken, die dürfen nicht pleite gehen. Das heißt, da war ja schon das Prinzip, die Gains sind für uns Aktionäre, denn wir sind ja im Kapitalmarkt, aber wenn es um Verluste geht, sind wir Sozialisten und die werden auf die Allgemeinheit umgelegt. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Das ist ja ein wunderschön ergänzbarer Satz und dann passt es auch dazu, dass ich hier historisch auch noch was ergänzen will, weil er schreibt, eine Ausfallbürgschaft für ein weitgehend ausfallsicheres Portfolio von Wachstumsunternehmen. Warum ist denn dieses Portfolio weitgehend ausfallsicher? Vielleicht aus dem Argument, weil es so viele Wachstumsunternehmen sind und wenn du ganz viele in einen Topf schmeißt, dann wird es ja immer sicherer. Wir erinnern uns an die CDOs von der Finanzkrise und die CDOs, die sie heute heißen, weil die natürlich andere Schuldnerqualität haben. Also historisch ist das auch etwas fragwürdig, was er da sagt. Aber ich glaube, das ist halt die DC-Welt. Die leben halt in einer Welt, wo 30% IAA alles andere ist ein risikoloser Zins. Ah, nicht so sicher, aber ja, maybe. Ich weiß nicht, ob die wirklich 30% IAA haben. Nein, das war jetzt ein Scherz. Okay, okay. Ja, wo man einfach ein bisschen mehr auf Podiumsdiskussionen als in Excel-Sheets unterwegs ist, sagen wir es mal so. Ich bin ja ab und zu mal auf so Veranstaltungen in Berlin, also irgendwie ergibt sich das, weil Berlin ist ja so ein Spot dafür und wenn du dir dann manchmal solche Panel-Diskussionen anhörst, wo ich mir manchmal denke, ach, irgendwie, also es ist einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber irgendwie habe ich manchmal nicht das Gefühl, dass es Finance-Leute sind. Also gerade, wenn du solche Aussagen hörst, wie, da kriege ich ja immer am meisten die Krise, so, es kommt auf das Team an, Businessplan, interessiert mich überhaupt nicht, ja, es geht einfach nur um das Team und das ist halt für mich so eine Sache, ja, macht schon Sinn, also, dass du halt nicht irgendwelche Leute vom Berliner Kotti einsammelst und sagst, hier, mach mal ein Business, sondern brauchst schon ein kleines bisschen Background und so, aber das Businessmodell und mal einen Businessplan zu machen, alleine schon nur zu zeigen, dass du einen Businessplan machen kannst und auch in Zukunft mal forecasten kannst und dir Gedanken darüber machen kannst und nicht mit Mickey-Maus-Zahlen rechnest, macht für mich schon irgendwo Sinn, auch wenn am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Businessplan nicht so eintrifft, wie er geplant wird, 99 Prozent ist, aber, naja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn nicht, sage ich es jetzt, mir hat, kriege ich ja immer mal wieder Pitches zugeschickt von Befreundeten wie Sie-Fonds, wenn es um Investments geht, die aus dem Finanzbereich kommen und mal was geschickt bekommen, so exemplarisch, zehn Seiten Slide-Deck, ich fliege das durch und sage, ja gut, da kam jetzt zehnmal das Wort AI vor, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, was die machen wollen, also was ist das Businessmodell? Ja, keine Ahnung, willst du da investieren oder nicht? Keine Ahnung, ich habe keine Zahlen, da steht, die wollen was mit der Börse machen, was ist denn da der Cashflow, was ist denn da erwartet? Ja, nee, also das ist eigentlich schon vollständig. Das sehen wir dann, wir sind am Proof-of-Konzept. Genau, investieren wir da jetzt oder nicht? Das ist wirklich eine verrückte Welt. Eine verrückte Welt, ja, aber gut, vielleicht haben wir ein Mindset-Problem, Holger. Das haben wir eben, das wissen wir. Das ist nichts Neues. Genau, von daher Clown der Woche, abgesehen davon, ja, ich finde es auch irgendwie so, also der Bürger muss dann quasi für VC-Fonds bürgen. Also im Endeffekt, ja, wir mit unseren Steuern. Ja, keine Ahnung, ich finde es absurd. Wen hast du denn als Alternativvorschlag für den Clown der Woche, oder? Ich habe einen Alternativvorschlag, allerdings musste ich da nur drüber lachen, weil es zum Meme der Woche geworden ist, in den Social Kanälen, glaube ich. Der liebe Leo Ginzburg hat ein neues Format gelauncht, also der Redakteur bei Business Insider und hat jetzt einen neuen Podcast gelauncht, Business Class heißt es und einer der ersten Gäste, wenn ich mich nicht ganz irre, ist Frank Thelen gewesen und der ganz, ganz humble, hier zitiert wird mit, ich bin crazy erfolgreich. Und es sind einfach so viele Memes online, also auf Insta und Co. zirkuliert, die gesagt haben, weißt du, so nach dem Motto, wenn ich 1,50 Euro Dividende kassiert habe, ich bin crazy erfolgreich, wie ich mich fühle, wenn ich aus meinen 10 Euro Krypto 15 Euro Krypto gemacht habe, ich bin crazy erfolgreich und so weiter. Von daher, ich fand das hochgradig lustig, ich habe mir das Interview nicht angehört, von daher würde ich die Nominierung hier einfach nur an Frank Thelen geben, aufgrund dieser zugegebenermaßen hart geklickbaiteten Headline, ohne zu wissen, auf was er sich da bezieht. Ich habe auch Memes gesehen, die dieses Cover geplugt haben gegen die Performance seines 10x-DNA-Fonds. Ich bin crazy erfolgreich. Aber hey, das wäre jetzt zu viel Hammer. Auf jeden Fall, das wäre jetzt meine Suggestion für den Clown der Woche. Ich würde trotzdem da kurz einsteigen, weil du das hast ja schon vorweggenommen. Ich habe es auch nicht gehört und was natürlich sein kann, ich weiß es nicht. Also es kann sein, er hat sich hingestellt und hat wirklich gesagt, ich bin crazy erfolgreich und dann ist er noch mehr unter Drogen, als ich sowieso schon glaube. oder er hat es halt in so einem Nebensatz zu irgendwas gesagt und das wird halt dann klassisch von der Presse so raus als die Headline, was ja oft passiert. Natürlich. Und der Business Insider macht das natürlich. Also die sind natürlich die Kings des Clickbaiting, wie wir aus verschiedensten Erfahrungen wissen. Du hast ja auch mal ein Interview dort gegeben, wurde auch relativ schnell darauf reduziert, auf wie viel Geld du auf die Seite schaffst für deine Kinder. Beziehungsweise, was das Geiste war, ich habe ein Interview über Goldman gegeben, über die Arbeitszeiten und so, dann habe ich in einem Satz gesagt, an einem Tag ist mal das System von der Börse zusammengebrochen. Da muss man ganz viele Trades manuell exekutieren und da stehst du nach zwei Stunden vor dem Nervenzusammenbruch, wenn du halt nur die ganze Zeit am Telefon diese Trades durchgibst und die WKNs sagst. Überschrift über den Artikel, Ex-Goldmann-Mitarbeiter, ich stand kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Klassiker, Klassiker. Klassiker. Und um in dieser Kategorie zu bleiben, auch wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, also Markus und ich, wir haben einen Gastbeitrag bei Business Insider geschrieben, ebenfalls, und mit diesen Themen ETFs verbrennt ihr euer Geld. Auch das ist natürlich Clickbait vom Feinsten. Wir haben auch diesen Artikel slightly auf die Spitze getrieben und haben an Hand des Beispiels Global Clean Energy mal gezeigt, wie man mit Themen ETFs sein Geld verbrennen kann. Die Aussage dahinter soll aber nicht generell gemeint sein, im Sinne von, jedes Themeninvestment ETF ist da zum Geldverbrennen. Allerdings wollten wir nur so ein bisschen auf diese Problematik hinweisen, dass Leute sagen, ich investiere in ETFs, aber gehen halt echt krassen Sektor oder Themenspekulationen ein. Genau, das ist am Rande. Von daher möchte ich mich aus, um auch immer ein bisschen humble zu sein, auch selbst gemeinsam mit Markus, auf den dritten Platz des Clown der Woche, wo things geben. Aber da du ja pur demokratisch von vornherein schon entschieden hast, wer der Clown der Woche ist, wisch ich mir mal die Schweiß von der Stirn, dass ich dem gerade entkommen bin. Wobei wir sind ja hier eine lupenreine Demokratie, wie du nahegelegt hast und dementsprechend werden wir natürlich das zur Abstimmung freigeben. Ich hoffe bloß, dass niemand von euch noch aus dem Fenster fällt oder so. Aber hey, das Bild ist eigentlich ziemlich cool, dass ihr da habt, weil Markus schaut irgendwie so ganz so leicht happy in die Kamera und du schaust so mit dem einen Auge so zusammen, als würde es gleich irgendwie kurz vorm Amoklauf stehen. Du weißt, wie man mich triggert. Erstens, Bitcoin hat ein Use-Case und zweitens, Themen-ETFs sind kein grauer Kapitalmarkt. Wer diese beiden Aussagen trifft, weiß, dass er mich direkt triggern kann. Beste, oder? Beste. Und jetzt, wo wir beim grauen Kapitalmarkt sind, kommen wir mal in den tief schwarzen Kapitalmarkt rein, quasi das schwarze Loch des Kapitalmarkts, würde ich mal sagen. Bitcoin. Wir haben relativ positives Feedback zur letzten Folge gekriegt. Ich hatte das Gefühl, dass ich dich so ein bisschen gelangweilt habe, schon wieder über Use-Cases diskutieren zu wollen und für dich war das Thema einfach so crystal clear. Naja, Bitcoin ist halt ein Spekulationsobjekt. Punkt. Das sieht allerdings ein netter Mann, der jetzt mittlerweile auch unseren Podcast hört, den wir schon hunderte Mal in diesem Podcast erwähnt haben, ohne, dass er uns dieselbe Ehre getan hat, in unseren Podcast mal reinzuhören. Die Rede ist von Richie DeBison, von der Börse Stuttgart. Und er hat uns tatsächlich öffentlich, hast du mitgekriegt? Ja, doch, hast du mitgekriegt? Ja, habe ich. Hat uns öffentlich per Reel auf Instagram einen Deal angeboten, weil wir haben gesagt, wir spielen mit dem Gedanken, Bitcoin zu shorten, sobald die 100.000 überschritten werden. Und er hat dann irgendwelche Zahlen in seinen Reel reingepackt mit Obergrenze, Untergrenze, 1 für 10 Dollar und weiß der Geier was. Und deswegen wollte ich mal von dir wissen, was ist der Deal, den er uns angeboten hat? Ich habe es nochmal niedergeschrieben, falls dir das was bringt. Und ist das ein guter Deal oder nicht? Also er bietet uns quasi eine OTC, Over-the-Counter, Wette sozusagen gegen Bitcoin an. Genau, und zwar eine direktionale Wette. Ab 100k für jeden, wenn Bitcoin dann steigt, gewinnt er quasi das, was Bitcoin über die 100 steigt. Und wenn es fällt, dann gewinnen wir das, was nach unten fällt. Also halt eigentlich ein Future. Und über ein Jahr kann man es laufen lassen oder vorher abbrechen oder sonst was. Und das fand ich ziemlich lustig, weil ich habe letzte Woche im Podcast gesagt, ich würde niemals direktional short gehen, sondern wenn dann maximal eine asymmetrische Wette machen mit einem Put, wo ich nur die Prämie verlieren kann. Das mache ich aber nicht, weil die Put, die Skipp einfach zu hohe Wohle haben, dementsprechend die Prämie zu teuer ist. Also ich will was Gecaptes haben und asymmetrisches und kein direktionale Wette. Und daraufhin schlägt mir Richie eine direktionale Wette vor. Gegegebenermaßen gecapte Wette an. Also sie ist ja gecapt. Er meinte, bis 150 wird er mitgehen. Also bis 150. Also wir können höchstens 50.000 verlieren. Wobei er meinte, irgendwas von 10 Euro zu einem US-Dollar. 10 Dollar zu einem Euro. Das heißt, wenn er Bitcoin 10 Dollar gewinnt, müssen wir ihm einen Euro zahlen. Und wenn er 10 Dollar verliert, kriegen wir einen Euro. Richtig? Ja, da steckt natürlich jetzt ein, das wüsste man eigentlich, okay, Moment, jetzt wird es interessant. Wir machen die Wette. Wir machen die Wette. Warum? Also ich wollte es ja nicht machen, weil ich ja gesagt habe, es scheiße ist, weil ich eben nichts Direktionales haben will und nichts Symmetrisches. Aber, wenn Richie, wenn er natürlich zu dieser Aussage steht und wir machen 10 US-Dollar sind genau 1 Euro, dann muss ich kurz drüber nachdenken, wie wir die Wette genau strukturieren, aber dann machen wir das, weil dann gibt er uns hier kostenlos einen FX-Hedge über ein Jahr. Und jetzt, ja, jetzt machen wir die Wette und zwar mit hohem Volumen, dann stellen wir dagegen ein tatsächliches Bitcoin-Investment, dann haben wir schon mal den Bitcoin-Risiko raus und dann haben wir bei ihm den kostenlosen FX-Hedge mit dabei. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie ich das dann baue, dass ich quasi eine Arbitrage-Guard generiert habe auf Kosten von Richie. Weil er trägt ja zu Euro-Dollar. Das ist ja so blöd, dass wir den öffentlichen Podcast gesagt haben, aber hey, stimmt, scheiße. Aber die Frage ist halt, wie ist die Volumenbegrenzung? Also wir wollen natürlich siebenstellig wetten da drauf. Ich weiß halt nicht, wie viele Tickets er schreiben kann. Und, ja. Die Börse Stuttgart ist reich. Er kann mit Sicherheit sehr viele Tickets schreiben. Er ist der Chef der Börse Stuttgart. Hashtag Fehlinformationen. Nur zum Hinweis. Nicht, dass wir jetzt von der Börse angeschrieben werden und sagen, Moment mal. Wollt ihr immer noch auf die Invest kommen oder habt ihr es euch gerade anders überlegt? Wir müssen nach der Invest über die Börse Stuttgart und deren Besenkammer lästern. Oder auf der Invest. Genau. Also was mir noch nicht ganz klar ist, er hat gesagt, also muss dieses Ding, wie lange läuft dieses Ding dann? Können wir das closen, wann wir wollen? Und kann er das closen, wann er will? Oder muss es wirklich, muss Bitcoin wirklich bis 50.000 abrauschen, dass die Wette quasi zu unseren Gunsten geklärt wird? Das wären ja dann 50.000 weniger, also von 100.000 ausgehend, geteilt durch 10, kann man das so rechnen? Würde er uns 5.000 Euro schulden? Ja, genau. 5.000 Euro plus, minus schwankt das Ding hin und her auf einen Kontrakt. Okay, gut. Und, ja, okay, verstehe. Ja, ist das ein guter Tipp oder nicht? Also ich glaube, ehrlich gesagt, also ich glaube schon, dass wir die 100.000 durchbrechen und danach geht es ein Stück runter, aber nicht auf 50.000. Keine Ahnung, ich habe einfach keine Ahnung. Aber du hast dich ja danach gemacht mit dem Bitcoin-Short, oder war ich das? Ich weiß nicht mehr. Ich habe gesagt, ich würde einen Put kaufen, aber nur mit niedriger Wohler und jetzt kriege ich halt hier einen symmetrischen Future angeboten. Aber nochmal, der FX-Hedged Euro-Dollar oder Dollar-Euro, der kostet im Moment, glaube ich, so immer noch über 2% im Jahr. Das heißt, wir können hier, wenn wir es richtig strukturieren, wahrscheinlich Riskless 2% im Jahr verdienen. Gut, aber plus Cash, weil wir machen es ja Cash-neutral. Das heißt, wir kriegen Cash-Return und dann eben Riskless 2% noch on top drauf. Und wie wird das gesettelt? Also Futures werden doch täglich gesettelt, oder? Also täglich wird die Differenz ausbezahlt, ne? Oder verwechse ich da wieder was? Ich möchte ja nicht darauf wetten, dass wenn der Bitcoin auf 50.000 gefallen ist, dass Richie mir dann 5.000 Euro bezahlt. Der muss ja zwischendurch auch immer mal wieder ein bisschen was rüberschieben. Sonst habe ich ja ein Kontrahentenrisiko, so wie mit dir, mit meinen Dogecoin, weißt du? Das ist ja auch komplett mies strukturiert gewesen von mir. Das wird, jetzt müssen wir natürlich überlegen, wenn wir mit Richie das OTC machen, ist es ja kein Future, sondern ein Forward. Und dann müssen wir überlegen, wie wir das Ganze kollateralisieren, damit wir eben nicht das Kreditrisiko von Richie hier noch tragen, weil das ist sicherlich mehr wert als diese 2%. Wir lassen uns vorher natürlich sein Haus überschreiben, ist ja klar. Also davon gehe ich aus, dass das Teil des Deals ist. Dann können wir darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob Richie ein Haus hat, aber wenn er eins hat, dann kann er uns das natürlich, dann können wir das natürlich als Collateral, dann kann er das als Collateral plätschen. Das finde ich ganz cool. Dann muss er sich halt erst mal eins kaufen und dann kann er es als Collateral. Dann kann er es machen. Also Richie. Sonst hat er doch auch ein Kind, oder? Na, egal. Ich brauche keine mehr Kinder im Moment. Also Richie, du hast es wahrscheinlich eh nicht gehört, aber wenn du es gehört hast, das ist unser Offer. Also wir würden dich gerne darauf lüften, aber nur, wenn du den kostenlosen FX-Hedge beibehältst. Was sagst du? Gut. Wir stellen uns auf das Reel ein und halten euch hier im Podcast natürlich auf dem Laufenden. Die Frage ist natürlich, ob diese Wette auch offen für Marktgeflüster-Teilnehmer ist. Ich würde mich nicht beindrucken. Also er ist maximal Krypto-Bullish. Also er hat auch, wo hat er das gesagt? Warte mal, lass mich mal überlegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt im One-on-One-Gespräch war zu seiner Aussage. Auf jeden Fall ist er sehr kryptisch, kryptisch auf Bullish. Ja, Bullish auf Krypto, sagen wir mal. Aber ich auch. Also das passt. Ich bin ja auch Bullish. Ich bin massiv Bullish. Ich bin halt auch massiv long schon für meinen Geschmack, aber ich bin massiv Bullish. Ja, ich bin auch massiv long. Also ich habe das ja jetzt mal zusammengetragen und so. Also ich bin fast schon zu long, weil ich öfters als einmal im Quartal in die App reingucke. Also sagen wir es mal so. All meine Broker-Apps, die ich auf dem Handy habe, kumuliert, schaue ich weniger oft rein als derzeit in meine Krypto-Wallet-App. Das sagt einiges aus. Siehst du mal. Ja, also von daher sehr wahrscheinlich overlong. Gut. Dann kommen wir mal zum Marktzeugs, denn nach dem Marktzeugs habe ich eine neue Kategorie für euch. Du wirst es lieben. Ich habe noch nicht runtergescrollt, deswegen bin ich hochgespannt, was du da hast. Ich mache immer nur das Skript, wenn ich weiß, dass du gerade im Stress bist und jede Minute in Pyjama in den Call reinkommst und vorher das nicht mehr zu checken kannst, was ich da reingeschrieben habe. I see, I see. Also, dann machen wir es schnell mit Marktzeug, weil du kannst es wahrscheinlich kaum erwarten, dein Ding einzuführen. Wir blicken auf eine ereignisreiche Woche in Zentralbankenleben zurück. Das Ganze hat angefangen mit der BOJ, der Bank of Japan, der zweitgrößten Clownbank der Welt. Die haben nämlich tatsächlich die Zinsen erhöht. Weißt du, jede Zentralbank diskutiert eigentlich schon fast über Zinssenkungen und die größte Clownbank der Welt hat sie sogar gesenkt, gleich dazu mehr. Aber die BOJ ist jetzt erstmal bei der Erhöhung von Zinsen. Wir haben den Leitzins, die haben auch eine Range, aber auf das gehen wir nicht ein, wir zeichnen das eine Teil der Range, den Leitzins von minus 0,1% auf 0% erhöht. Mindblowing. Mindblowing. Und parallel hat die BOJ aber auch entschlossen, keine ETFs mehr zu kaufen, keine japanischen Reeds mehr zu kaufen und gleichzeitig ihr eh schon schrittweise seit über einem Jahr abgeschafftes Yield Curve Control, die Zinskurve Kontrolle, wo sie die 10-jährigen Zinsen festgehalten haben, das auch abzuschaffen. Sie werden weiterhin Anleihen kaufen, das heißt, der Money Printer steht noch nicht still, aber es gab jetzt gestern schon, ich glaube über Bloomberg, den Newsticker, dass der Zentralbankchef, der Herr Ueda, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, überlegt, auch diese Anleihekäufe jetzt zu stoppen. Er wollte bloß als erstes Mal wohl sehen, wie der Markt auf diese Entscheidung hier reagiert, dass die Bank, die eigentlich eine der mit am meisten Money printenden Banken der Welt ist, die andere kommt gleich noch, die es noch getoppt hat, wenn die anfängt, restriktive Geldpolitik zu betreiben, ob der Yen zum Beispiel massiv an Wert bewimmt, ob Aktien massiv abstürzen, passiert es gar nichts, also wirklich gar nichts. Der Yen hat hier sogar noch ein bisschen an Wert verloren, was aber auch durch die Fett ein bisschen indirekt mitgetrieben wird. Okay, und du hast keine Wette, also du bist ja sonst immer professioneller Spekulant auf japanische Zentralbank-Entscheidung. Habe ich gemacht, ich habe da Yolo-Wette drauf gemacht, ich kann das sagen. Ohne die Public zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht der BaFin anzeigen soll. Ich habe die Public gemacht, hast du meine Insta-Stories nicht geguckt? Ne, ich warte immer auf einen persönlichen Feed. Ach so, ja, hättest du mitmachen wollen. Ich dachte, irgendwann fahren wir mal zusammen mit dem Lambo durch Baden-Württemberg, aber scheinbar, scheinbar willst du das alleine machen. Ich will dich alleine machen. So, ich kann das sagen, meine Yolo-Wette steht aktuell bei 37 Prozent. Im Plus? Im Minus. Oh, ist klar. Gut, was hast du gewettet? Damit, für die Nerds, die das nachvollziehen wollen? Der Klassiker, ich war halt wieder Short Dollar Yen, also Long Yen, Short Dollar. Ich habe quasi genau auf das gesetzt, was die Zentralbank jetzt gemacht hat, aber der Klassiker ist halt wieder der, Event richtig geforecastet, Marktreaktion nicht. Ah ja, okay. Na gut, Pech gehabt. Was macht die andere Notenbank? Die andere Notenbank, die FED am Mittwoch, hat es auch nicht mehr rausreißen können. Bei der FED war natürlich keine Zinssenkung und nichts, war ja auch eingepreist, ist klar. Bei Inflation hoch? Ja, bei Inflation zumindest höher als gedacht, hat man ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die kurzfristige Anualisierung eigentlich sehr dramatisch ist. Es kam im Wesentlichen auf den sogenannten Dotplot der FOMC-Mitglieder an, wo quasi jedes Mitglied von dem Geldpolitischen Entscheidungsgremium, ob es abstimmen darf oder nicht, ist egal. Jeder macht jedes Jahr so einen Punkt, wo er glaubt, dass die Zinsen am Ende des Jahres stehen sollten. Und dann kannst du halt da den Median nehmen und so implizieren, wie viel quasi erwartungsgemäß an Senkungen oder Erhöhungen kommt. Und im Dezember letzten Jahres sind sie von zwei Senkungen auf drei Senkungen gegangen im Median. Die Angst war jetzt, dass der Markt, nicht der Markt, sondern dass das FOMC jetzt wieder auf zwei Senkungen zurückgeht. Aber die Dots haben sich nur kurzfristig unwesentlich verändert. Man sieht weiterhin im Median drei Zinssenkungen dieses Jahr. Und der Markt glaubt jetzt wieder weiterhin, dass das Ganze im Juno dann beginnt. Der Markt hat mich enttäuscht. Ich glaube nicht mehr dran. Ich denke immer noch an die 80-prozentige Chance, die wir hätten im März senken sollen. Und es sind jetzt noch genau acht Tage. Und das ist schon vorbei. Sie könnten ja gut, du hast recht, sie könnten in den acht Tagen noch einen Emergency Cut machen. Also man kann quasi auch zwischen den Meetings cutten durch ein Emergency Meeting. Aber was der Markt wieder gut fand, also erstens... Und damit wären wir bei Nassim Taleb, weißt du, wenn ich jetzt darauf wetten würde, dann wäre das doch so ein Black Swan Event, wo ich mir diese, dass der wahrscheinlich ziemlich günstig einkaufen kann als Wette und dann brutal gewinnen würde. Da würdest du brutal gewinnen, aber wir müssten halt jetzt die nächsten acht Tage schwitzen. Gut, ich habe gerade eben noch gelesen, dass Frankreich und Russland, es gibt wieder News von potenziellem Atomschlag, aber wird dann die Zentralbank... Ich habe nur zu den Olympischen Spielen die News gehört, aber okay. Die habe ich nicht gehört, aber wird dann die Zentralbank senken oder nicht? Keine Ahnung. Das erinnert mich an Bloomberg. Es war wirklich ungelogen, meine Bloomberg-Reporterin. Das war an einem Tag nach einem Terroranschlag, damals, als man über Zinserhöhungen gesprochen hat und die FED noch nicht erhöht hat. Es war 2014 oder 15. Dann sagte die am nächsten Tag wirklich so ernsthaft, das war, glaube ich, dieser Anschlag in Paris, sagte die wirklich ernsthaft, having these terrible pictures from last night in Paris in mind, there is only one question that remains unanswered. What does this mean for FED-Rate-Hike? Das hat sie ernsthaft gesagt. Also das zeigt ein bisschen, wie absurd manche Finanzler denken. Um den Satz zur Notenbank zu beenden, Herr Powell hat aber noch gesagt, dass über ein potenzielles QT-Taperin gesprochen worden ist, also will heißen, der Bilanzabbau, der angelaufen ist, dass man den langsam auslaufen lässt und die Bilanz nicht mehr weiter abbaut. Sie sind nicht ansatzweise da, wo sie vor Corona stand, aber es erwartet auch kein Mensch, dass sie wirklich so viel Geld wieder verbrennen. Das wird ja die Story der Crypto Bros kaputt machen, wenn die Zentralbank-Bilanz zu stark abnehmen würde. Wir wollen ja zeigen, dass unser Geldsystem komplett inflationär ist und uns alles um die Ohren fliegt. Fairerweise aber würden Aktien das auch scheiße finden, wenn die wirklich die Bilanz auf das Vor-Corona-Niveau abbauen. True, stimmt. Nur, dass Aktien weniger vom Narrativ ist, der Stadt ist scheiße und wir müssen unser eigenes Geld erfinden leben. Wobei natürlich auch nicht die gesamte Kryptobranche mit diesem Narrativ nicht. Natürlich nicht. Dieser Podcast ist markiert durch differenzierte Darstellungsweise und klar, ganz logisch. Wir haben hier höchste journalistische Standardzeuger. Tut mir leid, ich habe das vergessen. Dann lass mich jetzt zu guter Letzt noch die Schweizer beschimpfen, weil das Schöne ist, die Notenbanken kann ich beschimpfen, die wehren sich nicht. Also das hat quasi nur ich der Herr Jordan bei uns im Dings kommentiert, wie scheiße wir sind. Wer hat er kommentiert? Wenn du die Schweizer Notenbank beschimpfst, Jordan hat wie gesagt noch nicht kommentiert. Okay. Naja, also um das abzuschließen, die Schweizer Notenbank hat überraschenderweise eine Zinssenkung durchgeführt. Der Markt hatte das nicht geglaubt, haben die Zinsen leicht gesenkt. Der Franken hat gegenüber dem Euro ein bisschen an Wert verloren, ist aber weiterhin relativ stark gegenüber dem Euro, zumindest wenn man so einen historischen Chart anguckt. Und die Begründung der Notenbank im Hintergrund ist letztlich, wenn man sich die Inflationsrate in der Schweiz anschaut, dann ist die eigentlich mittlerweile im Zielbereich und unter der Obergrenze, die die Notenbank für die Inflation ausgegeben hat und würde auch erwartungsgemäß unter dieser 2% Grenze in Zukunft bleiben. Dazu muss man vielleicht doch zu guter Letzt dazu sagen, die Inflation, die die Schweiz irgendwie gesehen hat, das war glaube ich im Peak so knapp über 3%. Also wir reden hier über andere Levels, als das bei uns der Fall war. Erstaunlich, ne? Ich weiß gar nicht, wie das kam. Sehr wahrscheinlich keine Sanktionen gegen russisches Gas. Das hat ja schon mal für viel Teuerung gesorgt. Es gibt einen, ich muss überlegen, ich glaube, das hat, wenn ich mich, bitte da jetzt nicht hauen, liebe Community, ich glaube, das hat vor allem zwei Gründe gehabt. Auf der einen Seite ist der Franke natürlich stärker geworden, damit werden Importe günstiger, das wirkt dämpfend auf Inflation. und auf der anderen Seite glaube ich, haben die ziemlich, haben die langfristige Energielieferverträge gehabt und die Energiepreise auch ziemlich staatlich reglementiert, wenn ich mich nicht täusche. Also vielleicht verwechsel ich gerade was, ich glaube, das waren die Argumente, warum die nicht ansatzweise so eine hohe Inflation gesehen haben. Ich habe übrigens vor zwei Tagen einem Schweizer Freund dazu gratuliert, was für eine lupenreine, direkt wählende Demokratie sie doch sind. die etwas ältere Bevölkerung, sagen wir es mal so, hat sich ein 13. Rentengehalt gegönnt, weiß ich, ob du das mitgekriegt hast, es gab eine Erfolgsabstimmung in der Schweiz und da hat man sich gedacht, komm, statt zwölfmal Rente kassieren im Jahr ist doch ein 13. ist noch ganz nice. Allerdings, was entschieden abgelehnt wurde, ist die Erhöhung der Renten für, wie nennt man das, also diese Basisrenten, diese Geringverdienerrenten, in Anführungszeichen. Das wurde abgelehnt und da habe ich mir gedacht, das ist doch ein gut, wenigstens noch ein gut funktionierendes Land. Keine besseren Renten für Bedürftige. Wo ist man der Schweiz bedürftig? Ab 4.000 oder 5.000 Euro im Monat netto? Weiß ich mehr. Keine Ahnung. Ich muss leider... Die Schweiz ist schon ein stark unsoziales Land, also in verschiedensten, also was mir krass, also Freude von mir hat mir erzählt, dass du deine Kita-Beiträge prozentual aufs Gehalt gerechnet sind und ja, das finde ich schon, also der Staat bezahlt schon mal keine Kita. Oder hier in Deutschland auch nicht. Doch? Also ich muss in Baden-Württemberg, glaube ich, 700 Euro für die Kita zahlen oder so. Ehrlich? Ist das landesabhängig? Hier in Berlin gibt es so Kita-Gutscheine. Ja, genau. Das macht ihr schöner aus dem Geld vom Länderfinanzausgleich, dass wir an euch zahlen, damit bei euch die Kita kostenlos ist. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Da habe ich wieder was gelernt. Ich dachte, in Kita wäre ein Menschenrecht. Steht im Grundgesetz. Ja, ich glaube, dass du einen Anspruch auf den Platz hast. Second Amendment. Genau, neben Waffen-Kita. Dass du einen Anspruch auf den Platz hast, glaube ich, steht irgendwo. Aber dass du da kostenlos kriegst, steht, glaube ich, nirgendwo. Ach echt? Okay, krass. Ja, wusste ich gar nicht. Du siehst immer. Habe ich wieder was gelernt. Gut. War es das mit dem Markt-News, Holger? Ich wollte irgendwas Wichtiges gerade noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Ja, genau. Ich wollte dich jetzt nicht bremsen, deine Euphorie. Du wolltest jetzt gleich über IPOs sprechen, aber ich habe da einen guten Übergang, denn wir wollen eine neue Kategorie einführen. Da will ich kurz den Satz noch sagen. Ich glaube nämlich, bloß, dass die Leute nicht aufregen, das mit dem Schweiz und der Abstimmung. Ich glaube, das hat man letzte Woche schon. Bin mir mal nicht ganz sicher. Ja, aber es kam erst diese Woche, kam jetzt erst rein, dass diese die Aufbesserung der Bedürftigen abgelehnt wurde. Okay, mein Bett. Dadurch wird das Bild erst vollständig, weißt du? Gut, ansonsten ist die Schweiz ein super Land und ich liebe die Schweiz. Ich möchte hier kein Einreiseverbot bekommen. Bitte, bitte, lasst mich weiter bei euch skifahren. Danke. Und tonnenweise Geld bei euch ausgeben, denn es ist da alles so teuer. Gut, was soll ich sagen? Genau, nach den Marktnews habe ich mir gedacht, da du ja so ein großer Fan von Private Equity bist, führen wir doch eine zweite Kategorie ein, nämlich die Private Equity Marktnews. Was hältst du davon? Mal gucken, wie weit ich das durchgezogen kriege. Mal gucken, ob ich da jede Woche irgendwie News finde. Aber ich bin diese Woche über eine interessante Sache gestolpert, nämlich KKR schlägt wieder zu. KKR, ein Private Equity Fonds, nicht Venture Capital, wobei, vielleicht haben die auch einen Venture Capital Arm, aber... Ein Asset Manager, der Private Equity Fonds hat, bitte. Danke. Okay, okay, Entschuldigung, ja. Und genau, die werden jetzt, kennst du, NCARVIS? Ich kannte die nicht, aber ich fand es schon interessant. Eine beliebte Social Media Aktie. Ach, ist das echt? Okay, krass. Die wird jetzt weiterhin beliebt sein, für eine Zeit lang. NCARVIS wird tatsächlich von KKR von der Börse genommen für 2,8 Milliarden Bewertung und mit 33% Aufschlag auf den dreimonatigen Sharepreis. Ist eigentlich schon ziemlich fair. Und derzeitiger, also 75% Aktien sind im Streubesitz und ein Viertel, also 25% gehört Abacon Capital, von denen habe ich noch nie was gehört, aber das ist scheinbar das Family Office der Milliardärsfamilie Büll, die sich bereit erklärt haben, für 33% Aufschlag ihre Anteile teilweise zu verkaufen, wollen noch 13% behalten. Und interessant, das fand ich eigentlich das Interessanteste, weil wir haben ja mitbekommen, dass meine lieblingsdeutsche Mittelstandsfirma, nämlich Wiesmann, wir haben schon lange nicht mehr über die geredet, die haben ja ihren Wärmepumpenteil verkauft und dafür Milliarden kassiert und wir haben uns die Frage gestellt, was machen die mit der Kohle? Die Antwort ist jetzt, sie investieren in NKWs gemeinsam mit KKR. Das heißt, sie haben schnell ein Investmentobjekt gefunden, wo sie sich mit amüsieren können. Ich würde da bloß gerne diese Aussage, die du gerade getätigt hast, eigentlich ganz fair. Damit machst du dich bei so Leuten wie Christian Röhl, glaube ich, nicht so beliebt. Möglich. Der, oder, aber anderen Leuten auch, weil das Problem ist halt, wenn du jetzt NKWs kaufst oder glaubst, die sollten doppelt so hochstehen oder so, was zumindest vor diesem Spike jetzt nicht so unrealistisch war, wenn man einfach nur den historischen Chart anschaut. Die leiden natürlich auch unter steigenden Zinsen, weniger Euphorie, unter Sachen von erneuerbaren Energien und das ganze Zeug. Dann findest du halt den angebotenen Kurs scheiße und kannst jetzt überlegen, verkaufst du an die oder verkaufst du nicht? Du könntest nämlich nicht verkaufen. Die Aktie soll, glaube ich, trotzdem delistet werden, aber meistens kannst du dann wie Wirecard danach noch an so einer Regionalbörse wie Hamburg weiter handeln. Dann besteht aber irgendwann die Gefahr, dass dich die mit einem Squeezeout vielleicht dann doch noch rausdrücken. Um delistet zu werden. Genau. Ja, beziehungsweise delistet ist ja an sich kein Problem. Du kannst die Aktie ja weiter halten, selbst wenn du sie nicht mehr handeln kannst. Delisten heißt ja, du kannst sie nicht mehr handeln, aber wenn sie quasi genug Anteile... Aber über das Squeezeout bist du ja dann raus. Genau, dann machst du dich Cash abfinden und drücken dich komplett raus. Und das ist jetzt eigentlich so ein Punkt, wo zum Beispiel jetzt kommt eine Hedgefonds, wo so ein Hedgefonds aktiv werden könnte. Ich muss noch mal die Special Sitzfonds in Deutschland angucken, ob die vielleicht sogar... Weil die könnten sich jetzt ein Kavis kaufen, in einem größeren Anteil, dann aufs Delisting warten, dann sitzen sie in Hamburg noch drin und dann versuchen sie, KKA und Fiesmann unter Druck zu setzen, dass die ihnen für ihr Share-Paket noch einen größeren Betrag zahlen. Ja, ein Kavis sitzt in Hamburg, deswegen Hamburg. Ja, also das High, das All-Time-High lag bei, ich glaube, 26 Euro irgendwas. Nee, 23 Euro. Moment, ich muss hier im Chart ein bisschen Fummelarbeit, aber... 25 habe ich auch hier, ist die Frage, was für ein Chart du anguckst und Intraday-Kurset, Closing... Sagen wir mal 25 und das Angebot war zu 17 irgendwas. Hilf mir mal gerade. Offer, ich habe hier 17,50 Euro war das Angebot gewesen und bevor das Angebot rausging, da war der Kurs so um die 10 Euro, 11 Euro. Ja. Genau, das heißt, du bist schon ein gutes Stück vom All-Time-High entfernt. Ja, da gibt es ja einige Player, die das machen können. Wer war nochmal diese Bude gewesen, die das gemacht hat bei der Comdirect? Als die Comdirect an die Commerzbank, also die Comdirect waren ja, ich glaube ein Drittel oder so, waren noch an der Börse genistet. Die wurden gekauft durch die, also der Großteil der Comdirect-Aktien war ja schon bei der Commerzbank, aber die haben die dann quasi die restlichen Anteile gekauft und dann auch die restlichen rausgesqueezed und irgendein Activist hat sich ja dann eingedeckt und seine Anteile nochmal teurer verkauft bekommen. Genau, Petrus Advisors war es, die haben sogar ein Usage vor, den du kaufen kannst. Was die gemacht haben, war aber auch noch richtig fies. Die haben eine Website gemacht und dann alle Anleger aufgerufen, auf keinen Fall das Angebot von der Commerzbank anzunehmen. Man kann mehr rausholen und haben dann hinterrücks mit der Commerzbank nur über ihr eigenes Paket über einen höheren Preis verhandelt. Und sie haben auf Google eine Bewertung mit einem Stern von Klaus Morpheus, der schreibt vor drei Monaten, Short-Funds sind unnötige Abzocker von Privatanlegern, Punkt, Punkt, Punkt. Das würde jetzt nicht unbedingt zu unterschreiben, dass das Short-Funds generell sind. Da wir hier in diesem Podcast keine Verallgemeinerung akzeptieren, widersprechen wir dieser Aussage. Genau. Aber kann durchaus auf einen einzelnen Short-Funds, in diesem Fall diesen, zutreffen. Ja, hast recht, okay. Ich finde, also diese 33% sind irgendwie so ein bisschen ein Klassiker, oder? Es ist ja auch quasi das, was du in Corporate-Finance-Vorlesungen lernst, dass du bei einem Going Public 30% mehr auf den Share-Preis drauf bezahlst. Also es war auch so die Daumenregel, die ich immer wieder mal in der Bank gehört habe oder so. Ja, ist das so? 30% ist nicht unüblich, ja. Okay. Dann, ja. Also, ja. Gut, also das war das Thema gewesen. Und damit haben wir eine super Überleitung zu den IPOs. Ich würde das IPO, ich würde das Douglas-IPO vorziehen, denn das ist ja quasi eine Schnittstelle zwischen Marktnews und Private Equity. Denn Douglas war ja vorher in Private Equity-Hunt bei CVC. Also CVC haben die gekauft. Also waren die nicht vorher sogar mal mit einem anderen Private Equity? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die Private Equity-Historie und Douglas habe ich das Gefühl, dass sie schon ein bisschen länger ist. Nein, anyways. Douglas war gelistet, wurde von CVC Public genommen, äh Private genommen und jetzt wieder an die Börse gebracht. Der klassische Private Equity-Case. Interessant fand ich hier ein Kommentar im Handelsblatt. Tatsächlich, Handelsblatt kriegt heute echt viel Aufmerksamkeit bei uns, wo geschrieben wird. Vielleicht nochmal zurück in der Börsengeschreibung. war ein ziemliches Debakel. Ich glaube, du hast es hier geschrieben, 10% down, also unter dem Ausgabekurs ist die Aktie abgerauscht. Ja, ich glaube, der Ausgabe, der IPO-Kurs war 25,50 und am Ende des Tages waren wir irgendwo knapp unter 23, ja. Und der Kommentar hier im Handelsblatt lautete, dass die Firma, dass Douglas selbst dran schuld ist, denn in der Vergangenheit hat man sich nicht genug auf Wachstum konzentriert, sondern nur übermäßig Schulden angehäuft und sich mit diesen Schulden beschäftigt. Muss man jetzt dazu sagen, erstaunlich, Schulden und Private Equity passt für mich irgendwie nicht zusammen. Das ist sehr komisch. Das ist sehr komisch. Nein, Scherz beiseite, es war, glaube ich, ein klassischer LBO-Case, Leverage Buyout. Die holen das Ding von der Börse runter, packen so viel Schulden wie möglich drauf auf die Firma, um möglichst wenig Eigenkapital einzusetzen, also klassischer Private Equity Case, um damit möglichst hohe Returns zu haben. Und über die nächsten Jahre wird halt geguckt, dass man den Bewertungsmultipel stretchen kann und gleichzeitig die Schulden abbaut. Und ja, jetzt sind die Schulden nicht ganz runter auf Null, sondern es ist noch eine ziemlich solide Schuldenposition. Okay, ich habe den Artikel jetzt leider nicht verlinkt. Und ein Teil dieser Schulden wird jetzt refinanziert durch den Börsengang, ich glaube, es waren 850 Millionen oder so, die jetzt an neuem Kapital eingesammelt werden und davon werden Schulden zurückbezahlt, um das Unternehmen ein bisschen zu deleveragen. Genau. Und es gibt noch einen zweiten IPO, oder? Und es gibt noch einen zweiten, aber den lasse ich dir, weil das sind ja ins Mauerstraßengefilde möchte ich mich nicht ohne deine Rückendeckung vorwagen. Also am Donnerstag sind zwei signifikante Events, für Reddit passiert. Auf der einen Seite war ich im Mauerstraßen-Podcast zu Gast und auf der anderen Seite ist Reddit an die Börse gegangen und hat einen fulminanten Start hingelegt. Die Aktie ist zu 34 gepreist worden und der Eröffnungskurs war dann irgendwie schon knapp bei 50. Geschlossen hat sie, boah, ich habe den offiziellen Schlusskurs nicht hier, aber das ist auch so um die 50 gewesen. Dementsprechend eigentlich 48 Prozent am ersten Tag, bam. Ein relativ guter Move nach oben. Die waren teilweise auch noch viel krasser im Plus, aber, ja, weiß ich jetzt nicht, was das Video ist, die echte, nicht die echte, das ist die deutsche Mauerstraße, sondern die englische Wallstreet-Bet-Seed, die haben ja, glaube ich, Reddit irgendwann gehasst. Da gab es doch mal so einen Fight zwischen den Mods, glaube ich, und der Führung von Reddit. Aber da will ich mich nicht zu sehr in Gefilde bewegen, von denen ich es überhaupt gar keine Ahnung habe. Ja, wir hatten das aber hier im Podcast mal besprochen. Ich glaube, die hatten irgendwie Drittanbieter-Apps rausgeblockt oder sowas, um die Leute zu forcieren, dass sie einen Reddit-Account haben. Aber ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen und so, und dann gab es irgendwie einen Mod-Strike und so weiter und irgendwie hat man sich dann da geeinigt. Ja, ziemlich spannend. Ich habe auch von Freunden geschrieben, hast du schon Reddit gekauft? Ich so, warum sollte ich? Aber ja, hätte ich es mal gemacht, war 48% hoch. Hättest du mal gemacht. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, also konnte man als Deutscher, also mit einem deutschen Broker slash Neo-Broker überhaupt an die IPO-Anteile rankommen? Würde mich wundern. Wenn ein IPO, was 48% über dem Ausgabekurs closed, ist der wahrscheinlich komplett over-signed, hätte ich mal gesagt. Das heißt, für den Pöbel bleiben keine Anteile mehr übrig. Genau, manchmal kommst du durch Glück trotzdem an was ran, aber du hast halt ein asymmetrisches Zuteilungsprofil. Deswegen du eigentlich... Das musst du jetzt erklären. Ja, wie du es gesagt hast, wenn es total überzeichnet ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du was kriegst, sehr niedrig. Und wenn es keiner haben will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was kriegst, hoch. Dementsprechend, wenn du einfach random an IPOs teilnimmst, kriegst du immer dann Aktien zugeteilt, wenn sie fallen. Genau. Hättest du halt eine Douglas gekriegt, statt eine Reddit. hättest du eine Douglas statt eine Reddit gekriegt. So, bevor unser Podcast zu Ende ist, du wolltest noch einen Karriere-Tipp geben, oder? Ich wollte noch einen Karriere-Tipp geben. Ich wollte aber noch eine finale Analyse mitgeben. Die fand ich super spannend und zwar aus dem Newsletter von Pip Klöckner, der jeden Montag rausgeht. Der hat sich nämlich mal... Also, Reddit hatte sich auch zu geäußert. Er sah das kritisch, die Bewertung. Also, er hat sich geäußert, bevor der IPO war. Er sagte, ich glaube, ursprünglich waren die mal auf achtmal Umsatz bewertet oder so und er fand es selbst für eine Social-Media- und Tech-Plattform ein bisschen teuer. Meinte aber und er hat dann eine schöne Analyse gezeigt und zwar vom Systrix-Tool. Systrix ist so ein SEO-Tool, was halt deine Sichtbarkeit im Internet analysiert. Und im Endeffekt hat Google, Reddit in letzter Zeit ziemlich gepusht durch Algorithmus-Änderungen. Weiß nicht, ob aktiv oder nicht. Vermutlich profitieren die einfach so davon, dass Reddit mehr und mehr in Suchergebnissen angezeigt wird. Vielleicht ist das so ein Resultat aus 2021, wo Reddit ja ziemlich relevant war, so gerade um diese GameStop-Thematik und so. Und da hat sich die Visibilität von Reddit verzehnfacht. Und wenn du zehnmal besser auffindbar auf Google bist, sorgt das natürlich auch für mehr Traffic. Mehr Traffic besorgt für mehr Accounts und so weiter. Von daher hat er so ein bisschen gewarnt und hat gesagt, diese Verzehnfachung, die da stattgefunden hat, ist relativ unwahrscheinlich, dass die sich nochmal wiederholt. Also, dass in Zukunft Reddit noch zehnmal besser zu finden ist. Von daher ist das so ein bisschen so ein erhobener Zeigefinger, den ich sehr interessant fand und auch mal so ein bisschen so was Fundamentales mal zu einer Aktie gibt. Wie siehst du das? Ja, ich finde es gut, dass du unter die Fundamentalanalysten gehst. Ich weiß halt gar nicht, wie Reddit bewertet wird vernünftig. Müsste man mal das Geschäftsmodell von denen anschauen. Ich kenne das ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich kann, vielleicht schaue ich zum Spaß heute mal. Werbung, oder? Müsste Werbung sein? Oder kannst du da ein Pay-Tacom machen? Ja, wahrscheinlich Werbung. Aber ich müsste mir mal zum Spaß angucken, wie Banken das so bewerten, was da für ein geeignetes Modell herangezogen wird und inwieweit diese Visibilität und das Userwachstum da... Nein, ich habe eine lustige Idee. Wahrscheinlich ein großes. Du hast schon recht. Ich habe eine lustige Idee. Wir machen jetzt zum ersten Mal eine Cross-Podcast-Content sozusagen. Wir rufen jetzt offiziell die Mauerstraße dazu auf, uns bitte einen 3- bis 4-minütigen Audio-Clip zu schicken, den wir dann im nächsten Podcast einbetten, wenn wir ihn für sinnvoll erachten. Warum... Erstens, wie Reddit funktioniert und warum die Mauerstraße sagt, dass man es kaufen oder nicht kaufen soll. Also was ist eure Sicht eures Mutterkonzerns sozusagen? Das wäre doch mal interessant, oder? Das finde ich super. Dem Aufruf möchte ich mich... Natürlich ist auch die Mauerstraße keine Einheit, die immer mit einer Stimme spricht. Aber den Aufruf würde ich gerne weitergeben. Vielleicht finden sich ein paar Leute, die da was mit der Community generieren wollen. Und dann können wir auch gleichzeitig testen, ob die überhaupt unseren Podcast hören. Stimmt. Sollten sie es nämlich nicht tun, dann... Gibt es keine Reaktion drauf, genau. Weinen wir, ja. Also genau, dann weine ich, weil ich fände es cool, wenn wir es machen. Ja, ich fände es auch cool. Also wie gesagt, 3-4 Minuten hätte ich mal gesagt. Oder meinetwegen, wenn ihr es gut macht, auch 5-6. Mal gucken. Es ist eine Premiere, weil dieser Podcast ist gestartet mit dem Ansatz, keine Gäste. Einfach aus dem Hintergrund. Vielleicht weiche ich mir das Thema irgendwann mal aus. Aber wir hatten so ein bisschen Angst, dass unsere guten Freunde aus der Finanzbranche hier oder da mal uns bitten werden, mal sie einzuladen für das sportliche Freundschaftsgeschenk eines Lamborghinis. Deswegen haben wir gesagt, wir machen den Podcast nur zu zweit. Aber ich erinnere mich, wir hatten ja auch schon mal eine Audio-Message von Podzoweit im Podcast. Und von daher haben wir da mit unserer Rule eigentlich schon gebrochen. Also Mauerstraße. Von dem einen Podzoweit. Von dem einen Podzoweit, genau. You are right. Ich weiß, ich weiß. Es gibt es ja wahrscheinlich sogar mehr als zwei. Von dem einen, von dem wir reden. Karriere, Leute. So. Ja, Karriere-Tipp. Karriere gab es schon lange nicht mehr bei uns auf der Webseite. Und ich war schockiert, Holger. Ich war zu tief schockiert. Ja. Und zwar schreibt der Business Insider, das sind unsere beiden Referenzmedien heute, Business Insider Plus. Hast du einen Kapsel? Hat alles Platz? Nee. Das ist mein Stuhl, den ich mit dem Fuß hinten bewege. Ach, das ist dein Stuhl, der sich bewegt. Hast du nicht sogar eine Kapselnallergie? Tierhaarallergie generell, ja. Okay, gut. Klammer zu. Genau, Business Insider schreibt, Elite-Uni, WHU, Studenten sollen Erstsemester an der Management-Schwiede WHU zu Alkoholexzessen gedrängt haben. Und dann gibt es einen Artikel dazu, dass einige Leute sich anonym gemeldet haben, gesagt haben, dass die älteren Semester, die jüngeren Semester zum Alkoholkonsum auf den Ersti-Veranstaltungen gezwungen haben. Was sagen wir dazu, Holger? Skandalös, oder? Ich bin komplett schockiert. Also erstens die WHU als Elite-Uni zu bezeichnen und das Management-Schwiede geht schon meiner Meinung nach noch zu weit. Das ist, wenn, dann die HFWU in Nürtingen-Geislingen. Aber jetzt Spaß beiseite. Also ich habe die Überschrift gelesen und habe mir gedacht, hä? Das ist doch an jeder Uni so. Also wenn du zu so einem Fachschaftsevent gehst, natürlich wird da einfach nur gesoffen. Oder als so Studenten. Ich war ja bei IESSEC, so eine Studentenorganisation. Diese Konferenzen, da waren im Prinzip reine Alkoholpartys. Aber als ich den Artikel dann gelesen habe und jetzt kommt sie dann ins Ernstere, scheint das schon deutlich zu weit gegangen sein, als dieses freundliche... Komm, wir trinken mal eins zusammen und lernen uns kennen. Genau, oder was ich gelesen habe bei diesen Erstsemester-Dinnern, wenn man dann hochging, musste man auf jeder Treppe einen Stamperl trinken. Also das ist jetzt, kenne ich auch in ähnlicher Variante. Aber dass die Leute dann irgendwie gezielt massiv gedemütigt worden sind oder so, das ist natürlich das, was wahrscheinlich diesen Artikel erzeugt hat. Weil ich meine, dieses generelle, die besaufen sich alle an diesen Events, ist ja Public Knowledge. Genau. Nein, wir haben es auch eben ein bisschen überspitzt gestellt. Also sicherlich stark über die Strengen gesteckt. Ich kannte es auch selbst von meiner Uni, also in Frankreich ist das nochmal ein anderes Level. Da wird es auch von der Administration der Schule, wird dir gesagt, ist zwar schön, wenn ihr hier was lernen könnt und so weiter, aber das wirklich Sinnvolle für eure zukünftige Karriere ist das Netzwerk, was ihr euch hier so macht. Von daher engagiert euch in Studenteninitiativen. Und ja, da passieren Dinge auf dem, also mich hat das traumatisiert, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war erstaunt. Also ich kam von Frankfurt, von der Uni, wo die Karriereaussichten vermutlich stark korrelieren mit deiner Zeit in der Bibliothek. Zumindest wird es so wahrgenommen. Also die, die am besten waren, waren viele in der Bib und hatten gute Noten und haben auch die krassen Praktika gekriegt. In Frankreich ist das überhaupt nicht so der Fall. Da geht es wirklich nur darum, Haken dran, Klausur bestanden, Note völlig egal, Hauptsache es ist eine Elite-Uni und dann mache ich mir mein Netzwerk. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Und Alkoholkonsum ist da so ein Thema auch, ja. Aber auch da wurde es schon, es gibt in Frankreich sogar ein Gesetz, was es verbietet, Open Bars zu haben, also quasi freien Alkoholausschank. Nichtsdestotrotz ist das quasi Gang und Gebe auf den, ich habe da auch selbst Partys organisiert, weil du, um in gewisse Initiativen reinzukommen, rivalisierende Teams gebildet werden, die dann zwei Monate oder drei Monate lang gegeneinander antreten müssen auf dem Campus und die geilsten Partys schmeißen. Und du musst dafür sorgen, dass halt alles for free ist. Du musst halt die Leute für dich gewinnen und die wählen am Ende und das Team, was gewinnt, darf dann demnächst ja diese Studenteninitiative stellen. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannende Dynamiken. Von daher musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich diesen Artikel gesehen habe. Nichtsdestotrotz ist mir auch bekannt, dass es da in verschiedensten Unis immer wieder mal zu Exzessen kommt oder vermutlich an keiner Uni nicht zu einem Exzess kam. Und das ist natürlich auch richtig, da ein Auge drauf zu halten. Und ich möchte noch sagen, weil ich jetzt gerade gesagt habe, die Studentenorganisationen sind reine Sauveranstaltungen. Das war natürlich der klassische, humoristische. Das war natürlich wieder deine differenzierte Sicht der Dinge. Genau, meine sehr differenzierte Sicht der Dinge. Natürlich sind so Studentenorganisationen nützlich. Die haben neben dem Netzwerkgedanken tust du ja auch teilweise was Vernünftiges, wenn ich jetzt wieder an AIS-Tech beispielsweise denke. Aber es gehört einfach auch dazu, dass man da ein bisschen das eine oder andere Sau spielchen mitmacht. Wenn man es möchte natürlich. Wenn du es nicht mitmachen willst, dann musst du es natürlich auch nicht. So, und damit sind wir unerwartet am Ende des Podcasts. Holger wollte noch irgendwas Differenzierendes mit aufnehmen, den Podcast, da das für diesen Podcast aber völlig irrelevant ist, haben wir eben kurzerhand das Mikrofon abgedreht. Scherz beiseite, unser hier Podcast-Software hat uns hängen lassen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Samstag. Bleibt uns treu, abonniert den Podcast. Und ja, wenn ihr Holger wieder hören wollt, dann solltet ihr nächste Woche wieder einschalten. Bis dann. Podcast Ende. Bis nächste Woche.